Warte mal, und ein Földo gemocht, sehr. Jetzt können wir reingehen, so, mit natürlich Einzelschuss, warte, zack. Das ist auch schwachsinnig, zack. Okay. Tarnfeld aktiviert! Nennen Sie bitte das Codewort. Tarnfeld aktiviert, sag ich doch. Aber bitte das richtige Codewort, Sie wissen doch. Guck mal, wie sie da hocken, ey. Guck mal, wie der da hockt. Ist das nur einer? Das war... Einer. Okay, markieren Sie Luft. Achso. Darf ich wirklich? Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen. Hä? Stärke? Ach, das ist... Ach, Stärke. Oh, Entschuldigung. Das war's. Flugabwehr neutralisiert. Markieren Sie jetzt mit Ihrem Laser den Kreuzer und genießen Sie das Feuerwerk. Schild muss ich haben, genau. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Das müsste jetzt helfen, oder? Oh. Auch ein bisschen abgezogen. Okay. Aber gut. So. Mit meinem Fernglas. Einmal bitte markieren. Snakebite 1, hier ist ECO-Liner. Ziel bestätigt. Wir kommen jetzt rein. Roger ECO-Liner, Ziel bestätigt. Angriff. Komm, man muss noch ein bisschen mehr kommen. Oh. Natürlich. Klack, 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 klack. Ja, Herr, zeigen Sie denen, wie es läuft, Robert. Unsere Panzer rücken jetzt in den Hafen vor. Stoßen Sie am Westbahntunnel zu Wien. Robert. Aber warte mal. Jetzt habe ich mir kurz eine neue. Oh, jetzt kann ich gerne kommen. Ah, das war doch easy. Ja gut, so easy jetzt auch nicht. Aber es war cool. Hallöchen, hallöchen, hallöchen. Alter Vater, geil. Jetzt kommt Panzer oder was? Coole Sache, ey. Finde ich gut. Meine Herren, Hut ab. Der Hafen gehört uns. Wir stoßen jetzt zum Tal vor. Schnappen Sie sich einen unserer Panzer und folgen Sie dem Konvoi durch den Tunnel. Sie können doch einen Panzer bei Ihnen, oder? Ja, Sir. Natürlich. Kein Problem, Boss. Hey, pass auf dich auf, Norbert. Jo. Alles gebe ich mir aus. Mike. Schieß auf die Tunnel einfach und putz den Waggon weg. Guter Schutz. Jetzt aber ab ins Tal. Versuchen wir, General Keogh, den Hintern. Ja, will ich ja gerne machen, aber... Stoß ist... Achso. Ja, okay. Okay, okay. Cool. Nice. Das hat doch Spaß gemacht, ey. Das war doch jetzt mal wirklich, wirklich gut. Ja. Aber ich fand's jetzt echt gut. Okay, beliebige Tasse drücken, bitte. Okay. Team Eiderau, wir Zentrale. Wir stoßen jetzt durch das Tal zur Lüge vor. Ich wiederhole, unser Ziel ist die Lüge. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand durch KVA-Panzer. Wir fahren, wir fahren in Nürn. Keine Chance. Der Luftraum ist nicht sicher. Unsere Jets bombardieren strategische Ziele auf der anderen Seite der Insel. Bis auf weiteres müssen sie ohne Luftunterstützung auskommen. Wir sind zwei. Das muss es eben auf die harte Tour gehen. Alle Einheiten, vier Mages, trinken Luftprodukte zum Feld aus. Rücken jetzt zum Premierziel Eifer vor. Torwart. Ihre erste Verteidigungslinie ist eine Blockade am Bahnhof. Oh Gott, wie schwer ist das denn zu schießen, ey? Sehr schön. Das ist die Frage. Ist auch ein Feind in der Panzer? Wo sind die ganzen Knaben hier? Nein. Fangen wir einfach mal durch. Wir sind das Gebiet hier durch. Alles im Griff, Major? Alles? Alles? Hä? Au kaputt. Nice. Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht aufs Korn nehmen. Bäm, Junge. Was ist das? Das ist... Zack, wieder drehen. Ah, wo lang, wo lang, wo lang? Da oben? Ist das schon reich? Na, ich glaube, das sind alles reile. Da sind wir weiter. Zack, getroffen. Wieder zurück. Oh, er hat noch ein bisschen zu weit geschossen. Und... Ist er genau mal getroffen? Komm, dann machen wir da jetzt alle, oder? Ah, der ist so. Nice. Das waren alle? Das ist doch easy gewesen, oder? Bis jetzt, muss ich sagen. Zack, getroffen. Und... Ich muss lesen, ey. Ich muss lesen, ey. Hä? Ja, ist klar. Okay. Ah, ich glaube, wir doch nicht so weit vormagen. Boah, Alter. Ja. Das war jetzt aber auch schwierig, muss ich sagen. Ah, ich kann auch aussteigen. Wuh. Oh, wir sind Minen überall. Ich muss hier auch aufpassen. Was muss ich denn eigentlich machen, hier? Da steht doch noch ein Panzer. Irgendwas muss ich doch hier machen. Hup, 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 hup. Das war natürlich mal geil, oder? Hup, 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 hup. Die ganze Eisenbahn kaputt machen. Nachdem, die sind in der Luft nur abgesetzt. Ich wiederhole, ladung abgesetzt. Lohen, unsere Fahrzeuge können nicht weiter, so lange am Bahnhof die Bedrohung durch die KV-Rabisch ziehen. Die KV-16 sind in der Luft. Ich preise über die Bühne, die KV-1. Was müssen wir hier machen? Ich weiß aber nicht was. Muss ich den komplett? Okay, das könnte natürlich sein. Das möchte ich jetzt nicht bezweifeln. Da sich... Warte. Ich würde es nochmal umdrehen. So schön, wir haben den Bonus besichert, ne? Okay, 52 Schaden, wir müssen jetzt echt aufpassen. Faceline, auf. Ach du Scheiße. Bleiben wir Ihnen in Achtung ab. Was schwer. Achtung, Marines. Im Tal stehen wir als Flugabwehrgeschütze. Wir bekommen hier's Luftunterstützung, wenn wir sie neutralisiert haben. Oh, ich. Wir müssen die Flugabwehr abschalten, bevor wir Luftunterstützung entfordern. Alles klar. Hallo, Jungs, das war's. Los, Luft, Marines. Ihr wisst was zu tun ist. Na ja, Flugabwehr ausschalten. Das ist mir schon klar. Aber jetzt muss ich erstmal hier... klarkommen. Jetzt abwarten. Den hat echt ordentlich auf den Sack, muss ich sagen. Okay, wir gehen nochmal weiter. Jungs. Scheiße, ist doch nicht so toll. Weil die ganzen Panzer hier sind, das ist das Problem. Ich hab kein Panzer mehr. Ich müsste Panzer ausgeschalten machen. Guck wie viele da noch sind, ey. Das ist nicht einfach. Soll ich ganz ehrlich? Ja, haha, hör mal, da hab ich auch mal vielleicht, äh... Der stört mich. Okay. Jetzt sollten wir eher mit... Zumindest... Angriff. Das ist schon mal gut. Und einfach mal verpissen. Ah, er brennt. Okay, wir müssen da hoch. Der nächste Panzer, Alter. Wenn der mich sieht, ey, dann bin ich tot. Das war nicht ernst. Mal kurz hier... Ah, mein Entdeckung bleiben. Oh, nee, ist auch eine Schraube geworden. Der muss ja eh... Der muss ja jetzt hier hoch, da. Panzer wäre so geil, wenn denn so ein Panzer stehen würde irgendwo. Aber ich glaube, dass der Wunsch wird mir nicht erfüllt. Finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen schade. Oh Gott, ich bin so ein treuer... Treuer Diener. Von der KVA und dies und jenes. Und dann wird mir das einfach nicht zuteil. Finde ich persönlich nicht richtig. Und da oben muss ich... Warte, ne, da hoch. Da kann ich auch gucken. Ja, mal gucken. Da haben die, hoffentlich haben die noch irgendwas Geiles. Mag hier mal eine Band da rum. Ja, dieser Hubschrauber, ne? Hubschrauber sind die... Ist die blödste Erfindung ever, ey. Brauche ich genug Granaten vielleicht? Ja, nicht die schade sind. ...maximale Panzerung.